Telegram ist die größte Geheimwaffe, von der keiner ahnt, was auf uns zukommt. Telegram hat 750 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Man schätzt momentan so zwischen 50 und 70 Millionen pro Tag. Und es wächst, ohne dass Telegram jemals Werbung gemacht hat im Vergleich zu anderen Apps. Ich glaube, nur WhatsApp hat auch nie Werbung gemacht. Und der Unterschied von Telegram zu WhatsApp ist schon alleine dem, wer den Service operiert und warum die das machen. Telegram gehört zu Pavel Dorow und seinem Bruder, die damals VK-Kontakte programmiert haben. Sowas wie Facebook für Russland. Und der Kremlin wollte Zugang zu diesen Daten. Facebook hat natürlich den Zugang hergegeben und VK hat es den Russen nicht gegeben. Und diesen Konflikt hat dazu geführt, dass Pavel und sein Bruder verschwinden mussten aus Russland und haben so schnell wie möglich ihre Anteile verkauft von VK. Und war klar, sonst wissen wir ja, wie es ausgegangen wäre. Heute weiß wie jeder, wie es ausgegangen wäre. Und dann haben sie sich in Dubai etabliert, haben sich in St. Kitts Nevis Aufenthaltsgenehmigungen geholt und haben angefangen Telegram zu programmen. Und es wird immer größer, immer größer und größer und die Features werden immer mehr. Mittlerweile kann man, wenn du einen Kanal hast oder eine Gruppe, glaube ich, es ist über 200 Mitglieder in der Gruppe, kannst du Foren einrichten. Also sofort ein Ding. Das heißt, nach und nach fängt an Telegram viele Features. Also es wird mehr als nur ein Messenger. Es wird sozusagen fast ein eigenständiges Internet nach und nach. Und jetzt hat er gesagt, der Pavel, dass sie ein extrem erfolgreiches Monetarisierung jetzt haben. Das heißt, Telegram wird weiter existieren, weil es sich jetzt selber finanzieren kann, weil die Leute diese Premium kaufen. Über eine Million Leute haben Premium gekauft. Ich selber habe mir nicht Premium geholt. Es sind so Features, die man nicht unbedingt braucht. Aber es sind auch lustige Features dabei. Und ich benutze selber gar kein WhatsApp. Speziell nachdem Pavel gesagt hat, dass man WhatsApp sehr leicht hacken kann und kompletten Zugriff aufs Handy bekommen kann. Zumindest war es in der früheren Version so. Und ob sich das jetzt geändert hat, bezweifle ich. Und es werden auch Metadaten gesammelt, was angeblich Telegram nicht tut. Metadaten in dem Sinne, wann du welche Nummer anrufst und so weiter. Und ansonsten soll es angeblich verschlüsselt sein. Aber wer weiß, wer die Schlüssel hat und so weiter. Also bei Telegram weiß man es auch nicht hundertprozentig, natürlich immer. Aber es ist extrem gut programmiert. Also ich benutze jetzt schon einige Jahre. Bin von WhatsApp komplett weg. Und vor allem auch kannst du es benutzen, ohne dass du deine Telefonnummer frei rausgeben musst. Also du hast Benutzernamen. Das ist auch schon mal sehr gut. Und kannst gut so Privatsphäre einstellen und sowas. Und was jetzt passieren wird, was ich sehe, ist, dass nach und nach Telegram das wird, was WeChat in China ist. Das heißt, es wird für immer mehr Sachen benutzt. Kamera anmachen, Moment. Es wird für immer mehr Sachen benutzt werden. Es wird... Moment, Kamera ist ein bisschen eingefroren. Lösen wir gleich. Sekunde. Okay. Wird... Im Endeffekt wirst du Telegram benutzen für alle deine täglichen Aktivitäten. Jetzt kannst du... Also ob du jetzt ein Taxi bestellst oder was auch immer. Das wird alles kommen. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Weil eben WeChat in China das schon gemacht hat. Und die gehen in diese Richtung. Der Unterschied dazu ist, China hat halt nur den chinesischen Markt. Und keiner würde sich jemals WeChat holen irgendwo außerhalb von China. Und Facebook ist ja eher so auf dem absteigenden Ast. Das heißt, die einzigen, die wirklich konkurrieren, also klar ist Instagram mit Facebook und WhatsApp als Konglomerat sozusagen, haben die schon eine große Macht. Aber TikTok hat halt einen großen Batzen weggenommen. Und Telegram ist halt groß in ganz bestimmten Ländern. In Russland, in der Ukraine, in Brasilien. In manchen Ländern sind die richtig, richtig groß. Also das ist dann die Nummer 1 App. Und Brasilien hat da 220 Millionen oder 250 Millionen oder sowas Einwohner. Das heißt, wenn die dort immer weiter wachsen, wird irgendwann Telegram so 100, 150 Millionen User haben. Allein in Brasilien. Und die Südamerikaner hassen die Amerikaner. Ja, und die werden auch irgendwas anderes nehmen als amerikanische Software. Das heißt, dass, und deswegen sage ich Bombe, weil damit, und wer weiß, dass auf Telegram, die haben es nicht so mit Zensur. Außer sie werden wirklich dazu, den wird wirklich der, der, wie die deutsche Justiz das versucht hat in Dubai. Außer die versuchen wirklich so den Hals zuzudrehen. Ansonsten machen die so ziemlich, was sie wollen, also Telegram. Und es, ich mache das Video deswegen jetzt, weil die jetzt erst, weil die jetzt es geschafft haben. Ich glaube, profitabel sind sie noch nicht, aber sie sind auf dem Weg dorthin. Das heißt, was TikTok zum Beispiel gar nicht ist, das wissen viele Leute gar nicht. TikTok ist heftig im Minus. Die machen noch keine schwarzen Zahlen. Und natürlich Facebook, Instagram macht richtig fette schwarze Zahlen. YouTube macht, denke ich, auch mittlerweile schwarze Zahlen für Google. Und dadurch, dass Google dahinter ist, wird sich das in YouTube in alle Ewigkeiten finanzieren. Aber dass Telegram jetzt es geschafft hat, vor TikTok eigentlich in schwarze Zahlen zu schreiben und trotzdem so schnell zu wachsen, die haben ja zum Teil zwei Millionen neue Registrierungen pro Tag, Telegram, bedeutet, dass es ein ernsthafter Gegner wird. Weil damit können sie, die haben, ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich unter 100 Programmierer, so würde ich mal schätzen. Das heißt, die können die Teams jetzt richtig groß machen und eben auf diesen Pfad von WeChat gehen. Und auf die hat dann keiner mehr Einfluss. Also du wirst dann, wenn die Amerikaner keinen Einfluss drauf haben, vielleicht ein bisschen Dubai so, wenn die da fest sind und ihr werdet sehen, dass Telegram eine extrem zentrale Rolle spielen wird, was Meinungsfreiheit angeht und was auch die Veränderung der Situation weltweit angeht. Wenn wir uns auch das mit dem Pädophilie angucken und Menschen, die sehr freidenkend sind und kommunizieren wollen, hunderte, tausende von Fans haben, zum Beispiel Klitschko-Brüder, oder der eine ist ja, wie sagt man, Mayor, Bürgermeister von Kiew. Da gibt es ja über 200.000 Abonnenten auf Telegram, wenn nicht mittlerweile schon mehr. Und er kommuniziert halt darüber mit den Bürgern von Ukraine und Kiew, wenn es darum ging, irgendwie, okay, jetzt Evakuation und sowas. Und da könnt ihr sehen, wie groß diese Rolle spielen wird. Das wird richtig, richtig, richtig groß. Und ich kann jedem nur nahelegen, sich auch Telegram runterzuladen. Wichtig ist, dass man Telegram nicht über den Play Store runterlädt, wenn du jetzt Android benutzt, sonst musst du ja, also wenn du App Store hast bei Apple, dass du es über die Webseite runterlädst, dass du das APK runterlädst, weil das APK ist eine direkte Datei von Telegram, weil die Google-Version ist schon teils zensiert. Ist jetzt nicht so wichtig, weil man wahrscheinlich diese Kanäle und Gruppen, die zensiert sind, wahrscheinlich eh nicht dafür interessieren würde. Das sind halt so radikale Sachen. Aber prinzipiell, auch wenn man mit mir in Kontakt treten will, geht praktisch nur, ich habe zwar auch Instagram, aber es geht vor allem durch Telegram. Ja, also da fühle ich mich persönlich am wohlsten, weil ich niemandem anders traue. Und der Pabbel ist mir einfach sympathisch von der Art her und ich bin ja auch selbst gelernter Programmierer von früher und er ist einfach ein absolut, er und sein Team, das sind die krassesten Coder wahrscheinlich auf der Welt, die es momentan so gibt. Die pushen ein Update nach dem anderen. Da wollte ich mal einfach mal ein gutes Wort für Telegram einlegen hier und nicht nur das, aber das wird einfach eine Riesenbombe noch.